Der Umzug findet heuer um 14.14 Uhr statt, also quasi jetzt. Er ist am Rollen, vielleicht, schauen wir mal, wir sehen ihn von oben ganz gut. Die ganzen Regen, die werden alle bewertet von einer Kommission, und zwar von Herrn Pfarrer Huber, vom Bürgermeister von Obermaitingen, Herrn Lohser, und vom Bürgermeister von Hulag, Herrn Böhm. Ein Riesenapplaus für die Trommelgruppe! Samba Loco! Das Motto des Faschis Freilinig, wir bekommen keinen Hoch! Ein Riesenapplaus für den ersten Wagen vom Faschis Freilinigig! Samba Loco! Samba Loco! Samba Loco! Samba Loco! Da ist eine Riesenapplaus für die Trommelgruppe! Samba Loco! Samba Loco! Samba Loco! Die wollen einen zweiten Trainingsplatz. Einen Applaus für die Nefruhige. So, im Anschluss kommt die Jugendkapelle Gennach-Laberdingen. Das ist ein Beispiel, wenn man auch Steckerfisch machen kann. Das ist ein Beispiel, wenn man auch Steckerfisch machen kann. Die Radarots los schützen! Mit den Bienensterben! Ein riesen Applaus für die tollen Bienen! Er ist ein ganzes Rumpfetal. Der Biedel, äώνh... Die Biedel kommt bis ganz schön lang, den ich gerade so. Ihr habt sogar noch ein Fahrzeug dabei. Der Biedel, äääh... Wie sieht die Biedel? Schau, die ganzen Wolken, nicht durchs Weg aus. Spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich auf. Einen wunderschönen guten Tag, Iglesias, wir sind das Container-Team und die Vampire aus Sigafofe und wir grüßen euch mit einem dreifache Trau, Dracula, Trau, Dracula, Trau, Dracula. Die nächste Gruppe kommt aufs Fischer. Gute Team, wir heißen Sie herzlich willkommen mit dem Thema Gladiatore 2018. Als nächstes haben wir die Hütte in Schwabeck mit Fusch am Bau. Elektro-Bazir, 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 das ist ein bisschen, Klobe, hierher. Gute Team, wir sind die Hütte in Schwabeckin. Also ist die Hütte in Schwabeckin. Zum Wetter, das ist dein britisch. Die Hütte in Schwabeckin Schütze, die wir geschrieben haben, es ist die Hütte in Schwabeckin. Und immer noch so sind die Gäste. So, rückkommen in den Fingertalas, Paschen-Karapel. Ja, grüß euch, servus! Ein herzliches Willkommen, riesen Applaus! Vielen, vielen Dank! Igling hat endlich wieder einen Umzug und die Straßen sind gerampelt voll! Igling auf euch ein Dreipall! Sinken auf und sinken auf! Chaoten! 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 Wisst ihr, Motto? Das Holzhaus erwappen Sie! Girls, sonst sind wir nie! Wir gab's doch nie! Ich bin so schön! Ich bin so toll! Ich bin der Antwort aus Diro! Meine Kieger schlafen wahren, Sander wahren sie mit dem Baden Heißfigur auf Wunder der Natur! Ich bin so staun! Ein Rietapplaus, wie eine Freizeitverein hört, Hose! Ich bin der Antwort aus Diro! 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 Ich möchte die Zwerge vor Ihnen begrüßen! Das Theater ist nicht! Wir sind im Fertigraben. Wir sind schön im Fertigraben. Der Abend meinte sich, doch dann das heftig So ein bisschen nicht zu vergleichen, dass der Licht weh nicht, ob du alleine bist. Der Erfassungsklubschop München bedankt sich bei den Iglinger mit einem Dreifach-Dollar. Mein Klinger! Mein Klinger! Mein Klinger! Zicken, zicken, zicken! Zicken, zicken! 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 Superböhm, eh? Zicken! Lombikade, Etria! Ein Riesenapplaus! Hey! Ja, danke für die Einladung. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. Wir werden präsentiert dieses Jahr von Prinzessin Maraike I und Robert de Versen. 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 Musik 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 Mit alle Urlaub frei, haut ihn weg den geilen Scheiß! Jo Leute, ich kenne diesen Hans in der Table-Moment. Ihr liegt in eurer Hängematte am Strand. Schaut so aufs Handy, schaut die News durch und denkt einfach, hallo Leute, es wird Zeit, dass ihr euren scheiß Arsch wieder hochbekommt. In diesem Sinne geht arbeiten, Amener! Vorsicht, jetzt kommt ein Riesengerät! Jetzt kommt die Hände! Entenfeuern, ein Riesenapplaus! So, im Anschluss kommen die Eglinger! Mit Hetzel und Plättel, die Hexenjäger! Einen Riesenapplaus! Puuuuuuch! Puuuuuch! Puuuuuch! Wir bedanken euch bei den Eklern für die Einladung und für den tollen Umzug. Danke! Danke für Ihr Kommen, einen riesen Applaus für die Walter Hicke! Danke! Danke! Als nächstes begrüßen wir die Jungs von Meri mit dem Superstar! Der DJ ist voll! Die Mädels anstrippen! Alles soll die Kampfs aus der Bassmusikern! Der DJ ist voll! Die Mädels anstrippen! Alle zwei die Kampfs aus der Bassmusikern! La, 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 la-la, la la, la la, la, la la, der Rasmus ist schön. La, 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 la la, la la, la la, der Rasmus ist schön. Mit der Gummibeetmanne einen richtigen Applaus herzlich willkommen bei uns in Indien! Und Überg! Was wollen die eigentlich? Jetzt gehts weiter mit der Nordjugend. Im Bereich der Römer ein Riesenapplaus. Herzlich willkommen in die Kriegs! Auf 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 die Kriegs! Vielen Dank.